Wie schafft man es als Marketingagentur von unter 5 Mitarbeitern auf über 10 Mitarbeiter zu skalieren? Wie funktioniert das und was sind da die Hebel? Welche Hebel musst du beachten? In der Regel machst du als Marketinganbieter vieles noch selbst. Also du machst zum Beispiel selbst den Verkauf, du machst zum Beispiel selbst auch das Fulfillment und dadurch, dass du eben beides machst oder noch in diesem Hamsterrad bist zwischen Fulfillment und Vertrieb und Verkauf, ist das Problem hierbei, dass du einfach quasi in einer Art Hamsterrad, Hamsterwheel gefangen bist, wo du gar nicht wachsen kannst und zwar auf über 5 Mitarbeiter, auf über 10 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und was ist hier das Problem? Was sind die Probleme? Der erste wichtige Punkt ist, dass du einfach nicht genug verkaufst. Dass deine Nachfrage, das heißt also, dass die Nachfrage, die Leute, die wirklich an deinem Angebot interessiert sind, einfach aktuell noch zu gering ist oder du gar nicht die Zeit hast, um diese zu akquirieren. Das heißt, der erste wichtige Punkt, um mit deiner Agentur mehr Mitarbeiter aufzubauen und mehr Zeit für dich zu haben und trotzdem deine Umsätze weiter nach oben zu skalieren, ist, dass du mehr Nachfrage schaffst. Und in deiner Situation, wenn du jetzt noch bei einem Monatsumsatz von unter 50.000 Euro bist, da würde ich mich jetzt noch nicht und dir empfehlen, nicht mich mit zu beschäftigen, ja, wie kann ich hier Werbeanzeigen schalten, wie kann ich hier auf LinkedIn-Leute anrufen und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist bei der, um Nachfrage zu schaffen, ist, wenn du selbst für Nachfrage sorgst und mit einem sofortigen Ergebnis. Und das geht eben über die Telefonakquise. Was sind denn aber Dinge, die dich möglicherweise hindern, zum Hörer zu greifen, wirklich seinen Terminkalender klar zu strukturieren und zu gewissen Stoßzeiten wirklich dann auch qualitativ hochwertige Termine, also die Nachfrage nach oben zu skalieren. Das ist einmal die Unbequemlichkeit, ja. Ich weiß es selber, du greifst zum Hörer, du hast es vielleicht schon mal getan und du bekommst, nein, 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 dann schaffst du es vielleicht, einen Termin zu machen, aber jetzt sagt er ab. Jetzt schaffst du es vielleicht auch, in den Sales-Calls zu kommen und du merkst auf einmal, ey, der Kunde hat gar kein Budget und so weiter und so fort. Oder aber, du weißt einfach nicht, was genau du wie sagen sollst. Du weißt nicht, welche Zielgruppe du anrufen sollst. Du hast nicht die richtigen Skripte. Zum Beispiel, wenn der Kunde zu dir sagt, nee, ich habe kein Interesse, obwohl er vielleicht schon Marketing betreibt, um neue Kunden zu bekommen, sagt er zu dir, ich habe kein Interesse. Was sagst du jetzt? Hast du hier die richtigen Einwandbehandlungen? Das sind alles Dinge, die einfach daran hindern, die Nachfrage zu erhöhen. Und das alles lernst du kostenfrei, wie das geht, in meiner gratis Online-Ausbildung, und zwar die Telefonakquise Masterclass. Hier lernst du in drei Modulen, wie du richtig Telefonakquise betreibst, wen du anrufen sollst, mit Skripten, Schritt-für-Schritt-Anleitung, ist alles hier drin, kostenfrei. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und hier auch nochmal über den QR-Code kannst du es dir sofort sichern. Hol dir das Ding, dadurch erhöhst du deine Nachfrage. Und wenn du dann bei einem Monatsumsatz von 50.000 Euro bist, jetzt machst du natürlich auch Online-Marketing. Jetzt bewirbst du zum Beispiel, wenn du jetzt Recruiting als Beispiel machst, machst du zum Beispiel einen Recruiting-Report, bewirbst den, machst Retargeting. Und das Lustige ist, wenn du Telefonakquise betreibst, jetzt Termine legst, gehen diese Leute auf deine Webseite. Die schauen sich dich natürlich an. Und jetzt ist es gut, wenn wir jetzt mit Retargeting arbeiten und den immer wieder verfolgen, indem wir einfach sagen, hey, schau mal, buch dir oder lade dir doch diesen Mitarbeiter-Report runter, dann siehst du, wie einfach es heutzutage ist, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Also da ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Symbiose dann. Deswegen, hol dir unbedingt die Telefonakquise Masterclass, die wird dir sehr, sehr weit helfen. Also als erstes ist es erstmal wichtig, die Nachfrage zu erhöhen. Der zweite wichtige Punkt, damit du eben weiter skalieren kannst, mehr Mitarbeiter einstellen kannst und was ein großes Problem ist, ist die Liquidität. Dir fehlt einfach die Liquidität. Ist ja auch klar. Schau mal, wenn du hier einen Festangestellten jetzt einstellen willst, da musst du schon ordentlich Umsatz machen. Warum? Na ja, klar, du hast Sozialversicherungsabgaben, du hast seinen Fixum, der muss sich rentieren. Du hast Bürokosten und so weiter und so fort. Und du hast vielleicht jetzt Kunden und die zahlen dir irgendwie eine monatliche Rate, aber jetzt zahlen die man nicht oder die zahlen gar nicht oder verspätet. Du musst da jetzt nachfassen, du musst Zahlungserinnerungen rausschreiben und so weiter und so fort. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du einen Liquiditätsbooster hast. Das heißt, dass Leute dir die Liquidität vorstrecken und der Kunde an den, der dir die Liquidität gibt, man nennt es auch unter anderem Factoring-Partner, der sich darum kümmert, dass der eben diese Rechnungen dann reinholt. Das heißt, du brauchst hier auf jeden Fall eine höhere Liquidität, du brauchst jemanden, der dir Liquidität vorschießt bzw. dir dein Geld im Bestfall sofort ausbezahlst. Dadurch kannst du natürlich auch sofort Provisionen schneller bezahlen, schneller wachsen, schneller reinvestieren und schneller Mitarbeiter einstellen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist eben, dass du in der Regel, auch wenn du eine kleinere Agentur noch bist, dass du eben große Konkurrenz hast. Das heißt einfach, es gibt Marktbegleiter, die viel größer als du sind, die ganz andere Möglichkeiten haben, Marketing zu betreiben, Akquise zu betreiben. Die haben da teilweise Akquiseabteilungen, die dann dort eben deine Kunden, deine potenziellen Kunden anrufen und die sind ziemlich schwer dann auszustechen, besonders wenn die schon sehr, sehr viele Bewertungen auch haben, sehr, sehr viele Referenzen haben. Und das sind einfach Dinge, hier musst du natürlich auch wissen, wie du diese Konkurrenz ausstichst. Du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Du musst dich wirklich von der Masse vollkommen abheben, sonst der Kunde denkt, ey, ich muss da jetzt zugreifen. Wie schaffst du das? Das ist ganz, ganz easy eigentlich, wenn man halt weiß, wie. Und das zeige ich dir alles. Also all diese Punkte zeige ich dir unter anderem in meinem kostenfreien Online-Kurs und zwar der Agentur Business Masterclass. Hier haben wir vier Module. Hier lernst du unter anderem auch automatische Vertragsverlängerung. Ich kann mich erinnern an unseren Mentoring-Teilnehmer, den Abdul. Der hat hier mit dem 3-Pakete-System, hier lernst du auch, was ein 3-Pakete-System ist, mit dem 3-Pakete-System hat er es sofort geschafft, dass sein Kunde sofort kauft, ohne Einwand. Der hat nicht mal Einwände gegeben, weil dieses 3-Pakete-System mit deiner Kommunikation in Verbindung, mit deinem Verkaufsskript dann wirklich der Kunde sagt, ey, das Paket passt perfekt auf mich. Das wähle ich aus. Deswegen empfehle ich dir, hol dir kostenfrei die Agentur Business Masterclass. Ist auch unten in der Beschreibung. Und hier nochmal über den QR-Code. Also, das ist eben auch ganz wichtig, dass du deine Konkurrenz ausstichst. In der Agentur Business Masterclass zeige ich dir ein Tool, womit du das schaffst. Der nächste wichtige Schritt ist natürlich auch deine Positionierung und vor allem auch, wen du anrufst. Wie du anrufst, wen du anrufst. Oft kauft man sich, das ist ein großer Fehler, dass du dir Leads einkaufst. Kalte Leads von kalten Zielgruppen. Irgendwelche, du sagst zum Beispiel, ey, ich will IT-Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. Jetzt kaufst du dir da 1000 Leads ein. Aber du weißt doch gar nicht, ob die schon aktiv das ganze Thema bewerben. Ob die schon aktiv Geld ausgeben, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und du musst wissen, wen du anrufst. Das zeige ich dir eben auch in der Agentur Business Masterclass. Da zeige ich dir, wen du wirklich wie anrufen sollst. Ich zeige dir auch den Vertriebssystem. Wenn jetzt eine Anfrage bei dir reinkommt oder wenn du jetzt einen Termin dir legst. Wie geht jetzt das Vertriebssystem im Agentur Business? Deswegen hol dir unbedingt die Agentur Business Masterclass. Und wenn du jetzt diese vier Punkte hier gelöst hast. Das heißt, du weißt, wie du Nachfrage beschaffst. Du kriegst schnellere Liquidität. Kannst dadurch auch dein Fulfillment an Mitarbeiter abgeben. Kannst die Akquise an Mitarbeiter, die du einstellst, abgeben. Hebst dich von deiner Konkurrenz ab. Weil du eben Alleinstellungsmerkmale hast. Und positionierst dich richtig. Rufst die richtige Zielgruppe an. Jetzt kannst du gar nicht anders, als eben gute, qualifizierte Mitarbeiter für dein Business einzustellen. Mach das. Hol dir die Dinge. Einmal, um Nachfrage zu schaffen. Ich blende es nochmal ein. Die Telefonakquise Masterclass ist kostenfrei. Da lernst du, wie du Nachfrage dir selber schaffst. Und ein sofortiges Ergebnis hast über die Telefonakquise. Und dann eben, wie du dein Agenturbusiness weiter ausbaust und skalierst. Deswegen, das ist die Agenturbusiness. Verlinke ich auch. Siehst du jetzt auch hier eingeblendet. Hol dir das. In dem Sinne. Gib 110%. Bring dein Unternehmen zum Wachstum. Skalier weiter. Gib 110% dein Luca. Das ist unser Wachstum. Guteyegang.